Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich bin jetzt wieder unterwegs zu meinem... ...der F-Punkt. Ich gehe wieder hitchhiken. Und ich bin jetzt mit dem Bus hierhin gefahren. Ist irgendwo, ist nirgendwo. Und der Busfahrer ist anstatt dort, wo er eigentlich hinsetzt. Hat er jetzt einfach umgehalten. Und ist jetzt da hin und hat gesagt, ich soll einen anderen Bus nehmen. Ja, der öffentliche Transport ist da nicht so gut. Das haben wir einfach viele Leute gesagt. Und darum nehme ich jetzt einen Uber. In die Nähe der Autobahn. Und versuche mein Glück. Es ist leider schon relativ spät heute. Ich hoffe, ich finde noch irgendwie eine Mitfahrmöglichkeit nach Chihuahua. Weil es ist doch relativ weit. Ah ja, ich gehe nach Chihuahua. Chihuahua. Und ja, mal schauen. Vielleicht muss ich es halt irgendwie zwischendurch machen. Das sehen wir jetzt dann alles. So, jetzt bin ich da mit dem Uber hierhin gefahren. An dieser Strasse. Es ist recht gut befahren. Aber davor hat es noch eine andere Kreuzung. Dort könnte ich es noch mal zentrieren. Weil es gibt auch Leute, die jetzt in Richtung Durango zurück mühen und so. Oder auf eine andere Richtung. Darum ist das nicht so mega ideal. Jetzt muss ich mal schauen, was ich mache. Vielleicht kann ich aber auch mit irgendjemandem da vorne fahren. Aber jetzt tue ich zuerst mal ein wenig das Mörgel mit einer feinen Mango. Und danach tue ich dann mal schauen. So, ich habe mich jetzt entschieden, dort vorne zu laufen zu der nächsten Kreuzung. Weil dort sind wirklich nur noch die Leute, die wirklich in diese Richtung fahren. Und da weiss ich halt wirklich nicht, wo die Leute dann wollen. Darum laufe jetzt dort vorne. Das ist etwa eine halbe Stunde. Aber dann habe ich auch etwas gemacht. Weil nachher würde ich nur noch im Auto sitzen. Oder wo auch immer ich dann nachher reinhocke. So, ich habe hier mein Platz gefunden, glaube ich. Es sieht hier super aus. Es ist hier schön unter einer Brücke. Schön im Schatten. Und alle Autos, die hier durchfahren, fahren wirklich auch dort hoch. Perfekt. Jetzt hoffe ich mal, dass ich nicht allzu lange hier warte. Nicht wahr. Nicht so wie letztes Mal. So, das hat jetzt wunderbar geklappt. Ich habe etwa 10-15 Minuten dort gewartet. Und jetzt hat mich jemand mitgenommen. Ähm, der Oskar. Er wollte aber nicht, dass er so filmt und so. Er wollte nicht, dass ich ihn filmen wollte. Darum habe ich jetzt nicht im Auto auch nichts gefilmt. Aber ich bin jetzt in Chimenez. Das ist ziemlich genau in der Mitte von Chihuahua und Torrion. Also wir sind jetzt gut 2 Stunden gefahren. Und jetzt geht es noch mal etwa 2 Stunden, vielleicht ein wenig mehr, bis nach Chihuahua. Und, ähm, ja. Es ist ein kleines Städtchen da. Es ist nicht wirklich viel los. Aber ich denke, da finde ich sicher auch schnell jemanden, der... Weil von hier, ähm, kann man eigentlich nur noch nach Chihuahua fahren. Also es gibt fast keine andere Möglichkeiten mehr. Von dem her... Ja, schau jetzt mal. Jetzt muss ich aber zuerst mal beiseln. Die meisten Flüsse sehen übrigens... Also da, so... ...die Region um Chihuahua herum, sieht übrigens so aus. Ja, was geht Schöneres, als ein bisschen auf der Autobahn laufen. Lebe am Limit. Genau das meine ich. So, das wäre jetzt also mein neuer Hitchhiker-Ort. Ähm, da geht es nach Chihuahua. Ja, da ist gerade, ähm, die Kreuzung der Autobahnen. Und sonst ist weit und breit nichts oben. Ausser da hinten im Hintergrund ein kleines Kind. Hallo. Ja, hätte das eine Freude mehr. Und ja, ich probiere jetzt mein Glück. Ich weiss nicht, ob das ein guter Ort ist. Vielleicht muss ich wieder zurücklaufen. Aber es ist jetzt doch etwa 40 Minuten gegangen, um hier zu laufen. Ja, ich probiere es jetzt einfach mal. Ja, ich habe jetzt also doch noch jemanden gefunden. Und zwar war diese Stelle dort nicht wirklich gut. Aber ich habe jemanden gefunden. Ich habe etwa eine Viertelstunde gewartet oder so. Also alles tiptop im grünen Bereich. Und Manuel hat mich mitgenommen. Ähm, ganz ein lustiger Typ. Und, ähm, er fährt mich jetzt. Ähm, nicht ganz auf Chihuahua. Ähm, ich muss dann nochmal irgendwie eine Stunde. Das sind, glaube ich, noch 80 Kilometer, nachher bis auf Chihuahua. Aber es ist schonmal sehr, sehr, sehr nah. Und, äh, ja. Läuft's. 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 Nuss oder was auch immer dann so. So sieht, wie sie eigentlich richtig aussehen. Und nicht irgendwie schon geschälter was. Und hier habt ihr noch. Ananas von Veracruz. Ob die geht jetzt nach Amerika. Ob die schmeckt's. Ah, das Träumchen. So, ich bin jetzt hier in Delicias. Heisst das hier, glaube ich. Und, äh, ja. Der Manuel hat mich jetzt hier gerade ausgeladen. Und, äh, ja. Ist ein cooler Typ gewesen. Ein mega Schnorri. Also er hätte den ganzen Weg reden können. Aber es war gut gewesen. Es ist ein wenig anstrengend geworden. Gegen Schluss zu. Aber es ist gleich. Ich bin jetzt da. Und jetzt sind es eben noch gut 80 Kilometer nach Chihuahua. Und jetzt suche ich mir dann noch ein gutes Plätzchen zum Hitchhiken. Weil da vorne ist ein Typ. Der ist, glaube ich, auch am Hitchhiken. Ähm. Darum gehe ich jetzt da ein wenig weiter. Weil... damit ich dann noch konkurriere. Ja, ich habe es jetzt doch noch geschafft, hier jemanden zu finden, der mich mitnimmt nach Chihuahua. Und, ähm. Und dann betrinkt sogar noch das Bierchen hier mit diesen coolen Typen. Say Hallo! Hahaha. Und, ähm. Ja. Ich bin jetzt froh. Ich musste jetzt doch etwa eine halbe Stunde warten. Oder noch etwas länger. Ich habe schon überlegt, ob ich da jetzt die ganze Aktion soll abbrechen oder so. Ich habe mich richtig angeschissen. Aber... Es hat jetzt doch noch geklappt. Und das Bierchen gibt es auch noch dazu. Wunderbar. Ja. 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 Wir haben jetzt da noch einen Halt gemacht vor dem Monument von Chihuahua. Wenn man hier auf Chihuahua reinfährt, kommen wir hier vorbei. Und wir haben jetzt noch ein kleines Fotoshooting gemacht, da mit einem Sombrero. und äh ja jetzt gehts weiter, nicht wahr? So, wir sind jetzt in Chihuahua angekommen, endlich! Es ist ein mega geiles Gefühl, weil ich schon ewig lang auf Chihuahua wollte und das ist eine Art für mich, wie so ein Ziel, das ich hatte, einfach auf Chihuahua zu kommen und jetzt bin ich da und die Stadt hat schon mal mega cool ausgesehen also wir sind ja nur noch schnell durchgefahren und wir sind jetzt hier im Hostel, äh im Hotel ist das, von den zwei Jungs und ähm, ich warte jetzt auf meinen Gastgeber, auf meinen Couchturfing-Host, dass er mich kommt und er wohnt etwa 10km von da weg, also immer noch in der Stadt drin, aber 10km weg von da und äh ja, aber das sind wirklich 10 coole Typen da und ähm, sie haben mir jetzt viele Bier gegeben ja, das ist glaube ich schon etwas Bieter, Bier, das ich jetzt so drücke und geben mir immer wieder, Bier, 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 richtig cool So, ich bin jetzt also in Chihuahua und äh, ich bin da mit dem Herving, mit meinem Host er hat mich jetzt, äh, abgeholt und wir sind kurz in sein, äh, sein Haus gegangen ich hab alle meine Sachen schnell abgelegt und, äh, mich umzogen und jetzt gehen wir hier in eine Bar in der Nähe, äh, vom Center das ist jetzt so so ein City-Center von Chihuahua Jetzt sind wir also da, auf dem, auf dem Hogger oben, ähm, mit ähm, ähm, Erwin seiner Schwester und äh, nichten und von da oben haben wir eine Wahnsinns-Aussicht, wir müssen euch das mal reinziehen Da sehen wir über die ganze Stadt und es ist mega, aber es ist extrem kalt hier in Chihuahua. Ich bin mich das nicht mehr gewohnt, dass es so kalt ist. Aber ja, da muss ich mich wohl daran gewöhnen, weil es kann extrem heiss sein, aber in der Nacht kühlt es ja mega schnell ab. Von daher, ja, aber es ist mega schön, es gefällt mir gut und sie sind super freundlich. See. Ja, das wäre es jetzt mal gewesen vom ersten Teil von Chihuahua. Wir werden in dem nächsten Video sehen. Wir gehen jetzt nachher noch in die Stadt, das Ganze anschauen. Aber das sehen wir bis zum nächsten Mal und dann würde ich sagen, macht es gut. Abonnieren nicht vergessen, Liken nicht vergessen. Bis dann. Ciao, ciao. Chau Vielen Dank.